hallo meine lieben weihnachten ist nun auch vorbei und wir schauen auf das ende dieses jahres wir fragen uns wie war dieses jahr für mich und das neue jahr wird das besser wie wird es wir alle stellen fest dass das jahr viel zu schnell rumgegangen ist man hat das gefühl jedes jahr läuft schneller und man erinnert sich als man noch kind war da hatte man nicht das gefühl dass ein jahr so schnell verlief wie man es jetzt feststellt als kind wollte man dass alles schneller läuft damit man bald erwachsen ist jetzt sieht es so aus dass man manchmal die zeit stehen lassen möchte ja so sind die empfindungen eines erwachsenen und so will der erwachsene auch wissen was das neue jahr bringt vielleicht im beruflichen einen wohnungswechsel im finanziellen in der liebe und 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 leider kann man es nicht im voraus wissen aber es ist bekannt dass einige personen in der silvester feier in der nacht das bleigießen machen aus den so entstandenen formen und figuren versucht man zu erkennen was als große wichtigkeit für das neue jahr anhand einer figur erkennbar ist so erwarkelt man und oftmals ist die deutung auch richtig die man im neuen die dann im neuen jahr eintrifft es gibt einer aber eine viel genauere und bessere lösung ganz einfach ich biete euch an dass ich euch sagen kann was das neue jahr für euch bereithält dazu müsst ihr mich nur anrufen die telefonnummer seht ihr hier unten ihr könnt auch ein persönliches horoskop anfordern bei unserem top astrologen astrolabius seid ihr nun nicht neugierig willst du wissen was auf dich zukommt dann traut euch doch mich oder uns zu kontaktieren denn dann weißt du mehr und kannst dich darauf einstellen und planen jetzt wünsche ich euch allen einen tollen rutsch ins sonnenjahr 2017 herzlichst eure dirja ein bisschen her das ist ja